Matteo ist unser größter Kämpfer, den wir haben in der Mannschaft. Wenn man sieht, welche Leidensgeschichte und welchen Weg er gegangen ist, dann vergessen halt auch viele, dass Matteo jetzt seit so vielen Jahren schon bei uns ist. Ich glaube seit vier, vier Jahren, viereinhalb Jahren ungefähr. Und Matteo hat es leider noch nicht erlebt, unser Stadion mit Zuschauern vom Platz aus kennenzulernen. Und deshalb freuen wir uns erstmal, dass er jetzt wieder sehr nah dran ist, dass er sehr viel trainieren kann mit uns, dass er jetzt ein paar Mal mit im Kader sein konnte. Leider war die Ausfallzeit so groß, dass er jetzt noch keine Option ist für die Startelf. Und Matteo ist jetzt, und da werden wir jede Woche die Entscheidung treffen, was für ihn am meisten Sinn macht, ob es Sinn macht, bei uns dabei zu sein oder vielleicht ein bisschen Spielpraxis zu bekommen bei der U23. Weil es geht natürlich auch erstmal darum, nicht nur die Fitness zu bekommen, sondern auch wieder den Rhythmus und die Sicherheit. Aber Matteo sollte man definitiv nicht unterschätzen. Er ist ein herausragender Charakter, der sich immer wieder zurückgekämpft hat und das wird er auch dieses Mal tun.